Herzlich Willkommen Freunde hier zu diesem ganz ganz speziellen Video und zwar ist das heute mal so eine Art Real Talk denn ich möchte euch einfach mal ein bisschen erklären bzw. ein bisschen näher bringen wieso ich überhaupt YouTube mache, was sind meine Gründe dazu Tag für Tag weiter daran zu arbeiten, für euch Streams und Videos zu produzieren was bewegt mich dazu, ja Jungs, das ist nämlich auch ein sehr sehr hoher Zeitaufwand den ich natürlich in meiner Freizeit aufwenden muss, ja also das wird alles abgezogen von meiner Freizeit aber ich tue es unfassbar gerne und ich möchte euch heute einfach nur mal kurz erklären und euch ein bisschen auf den aktuellsten Stand bringen, wie meine Lage gerade so ist und wieso ich einfach YouTube mache, ja das möchte ich euch erklären ihr könnt das Handy auch gerne weglegen und einfach nur ein bisschen zuhören und ja die Ohren spitzen und ja ich habe insgesamt, ja ich glaube so 5-6 Themen oder 5-6 Punkte aufgeschrieben ja als Notiz auf dem Handy und das werden wir einfach jetzt ein bisschen durchgehen das Video ist übrigens glaube ich auch ein vorproduziertes Video also wenn ihr das Video seht, bin ich gerade in der Türkei und chill meine Eier ne, so nicht ganz, ich habe Trainingslager, zweimal Training pro Tag aber das ist jetzt auch nebensächlich, also nur zur Info, falls gerade keine Streams kommen so, ich würde sagen wir beginnen mal und zwar, wieso mache ich YouTube? so, der erste Punkt ist, Dinge gestalten, Feedback für getane Arbeit bekommen das ist einer der größten Punkte und zwar liebe ich es Kommentare zu lesen ich liebe es Bewertungen anzuschauen, auch wenn sie schlecht sind denn daraus lernt man und dadurch versteht man erst, wie ihr tickt beziehungsweise was ihr sehen wollt und was ihr eben nicht sehen wollt und wenn man eben viel, 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 viel Zeit und Arbeit und Mühe und vielleicht auch sogar Liebe und Leidenschaft in ein Video steckt dann interessiert einen die Bewertung unfassbar und wenn die gut ausfällt, ist das sowas von ein Ansporn noch eins zu machen, noch mehr Videos zu machen, noch mehr Gas zu geben aber wenn die Bewertung mal nicht gut ist, kann man auch daraus lernen und muss jetzt nicht den Kopf hängen lassen und sich denken ja fuck, verkackt, ich höre direkt auf mit YouTube ja, also da muss man auch standhaft bleiben und sich denken okay, ich habe jetzt 50 Dislikes auf ein Video, scheiß drauf ich mache es beim nächsten Mal besser, ich schaue woran es gelegen hat und versuche da eben das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und Jungs, auch manchmal ist es in Ordnung, finde ich wenn Videos Dislikes haben, wenn Videos viele Dislikes haben wenn zum Beispiel ein bisschen Clickbait vorhanden ist oder wenn das Thema einfach vielleicht unangebracht ist und so lernt man eben natürlich auch daraus und ja, dann würde ich sagen, gehen wir auch schon weiter mit dem Nächsten und zwar, FIFA ist einfach mein Hobby, es macht so viel Spaß und es ist so viel Leidenschaft dabei, allgemein an YouTube ja, also das ist eher darauf bezogen, das ist das Spiel FIFA einfach immer noch gerne Spiele viele sind da anderer Meinung also viele sagen so, yo, tut mir leid, FIFA taugt mir gar nicht so und deswegen höre ich auf, FIFA-YouTuber zu sein beziehungsweise FIFA-Videos hochzuladen ist bei mir nicht so der Fall ich feiere das Spiel eigentlich ich spiele es natürlich in meiner eigenen Freizeit also so abgesehen jetzt von YouTube-Freizeit also es gibt Arbeit, ja, oder Zivildienst im Moment dann Training, Fußball dann ist eben noch ein bisschen Freizeit ja, da kommt entweder so Freundin noch dazu und dann halt YouTube-Freizeit ja, und da ist nicht mehr viel da habe ich noch einen Ticken andere Freizeit aber die nutze ich meistens nicht fürs FIFA-Spiel logischerweise weil ich ja eh in der YouTube-Freizeit sehr viel FIFA spiele wenn ich zum Beispiel Weekend League oder so zocke aber das bockt schon extrem und ich habe nichts gegen das Spiel an sich also natürlich, es gibt immer wieder Dinge, die einen abfacken kennt ihr alle aber ich spiele FIFA gerne ich spiele FIFA schon sehr, sehr lange und deswegen ist das auch ein Grund für mich Videos zu machen so, weiter geht's wie wäre es ohne YouTube? habe ich mir dann ein Fragezeichen geschrieben und die Frage habe ich mir schon öfter mal gestellt denn YouTube ist mittlerweile so ein fetter Teil meines Lebens das könnt ihr euch gar nicht vorstellen also wirklich, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme dann denke ich einfach meistens an YouTube oder an noch wichtigere Dinge zum Beispiel Familie oder so natürlich, da steht immer drüber und wird auch immer so bleiben das ist auch das Wichtigste das würde ich euch auch raten falls euch was wichtig ist Familie ist wichtiger glaubt es mir denn die ja, ist sowieso das Wichtigste im Leben aber das ist ein anderes Thema jetzt da könnten wir jetzt weiter ausschweifen ja genau also ich habe vor ich glaube drei Jahren vor über drei Jahren mit YouTube begonnen und seit dem Zeitpunkt hat sich so viel verändert und ich würde so heulen und ich wäre so traurig wenn es auf einmal weg wäre ich sage es euch ganz ehrlich ich habe nämlich jetzt in den letzten drei Jahren über drei Jahre drei Jahre und drei Monate müssten es jetzt sein wirklich daran gearbeitet Gas gegeben ich habe geschaut dass die Community wächst ich habe viele geile Leute kennengelernt das ist aber noch ein anderer Punkt zu dem kommen wir noch und das wäre einfach so schade wenn das alles weg ist weil ich es einfach so gern habe YouTube zu machen ich mag es einfach so unfassbar ja es macht mir so viel Spaß dass ich eben auch wenn ich von der Arbeit nach Hause komme direkt ein Video mache natürlich manchmal ist man zu müde und dann legt man sich auch mal in das Bett da hinten das ist auch in Ordnung man braucht auch seine Pausen aber YouTube macht mir so viel Spaß dass ich dafür immer Energie habe und dass es einfach so wichtig für mich ist und ja es macht mir einfach Bock Jungs eure Kommentare zu lesen in den Streams Alter wenn ihr da einfach 300 Leute zuschauen die das feiern was du gerade machst dann ist das einfach ein geiles Gefühl und das ist einfach nur so nice und das finde ich top von euch dass ihr mir das so zurückgebt also wirklich finde ich wahnsinnig cool und auch so über Discord und so mittlerweile spiele ich mit Jakob Siebauer der einfach nur ein Abonnent war vorher einfach Fortnite und rede mit dem zwei Stunden lang über Discord und so Leute kannst du halt nur kennenlernen über YouTube wie hätte ich ihn sonst kennenlernen sollen aber richtig gechillter Typ konnte man richtig schön zocken und so also das ist verdammt geil voll viele Abonnenten auf Discord jetzt auch am Start und das ist einfach nice Alter viele Menschen kennenzulernen wir leiten jetzt direkt weiter zu dem anderen Punkt Menschen kennenzulernen Menschen ja zu finden sag ich mal die selbe Hobbys haben selbe Leidenschaften wie man selber da gehen wir auch direkt weiter direkt und zwar eben zu Gamescom zum Beispiel sowas wäre nie möglich gewesen ohne YouTube YouTube hat mir das aufgebaut dass ich das überhaupt machen kann also dass ich die haben also YouTube hat mir die sag ich mal diese diese Grundleute irgendwie verschafft weil ohne YouTube hätte ich die nie kennengelernt das hört sich jetzt irgendwie alles so komisch an aber zum Beispiel hätte ich den Saib nicht kennengelernt bei dem ich auch gepennt habe oder Niklas Neo bei dem ich auch gepennt habe das sind so das sind so Sachen das feiere ich einfach an YouTube du lernst viele neue Leute kennen und triffst die dann in real life die sind genauso drauf wie du weil du ja auch dasselbe Hobby hast wie sie und das ist einfach unfassbar geil Alter also wenn ihr irgendwie vorhabt Videos zu machen YouTuber zu werden sag ich mal alle sagen immer ich will YouTuber werden wie macht man das so ich selber sehe mich eigentlich auch noch nicht wirklich als YouTuber sondern eher als ja einfach eine Person die Videos macht aber YouTuber ist es für mich eine Person die ja über 100.000 Abos hat beziehungsweise eine Person eigentlich die ihr Geld damit verdient also die davon lebt das ist für mich ein YouTuber ja ich weiß jetzt gar nicht wo ich stehen geblieben bin aber ja genau wenn ihr YouTube machen wollt dann ist das ein riesen Punkt ein riesiger Vorteil also ein riesig geiler Punkt einfach dass ihr so viele Leute kennenlernt es ist einfach nur so fein ich sag's euch es ist so cool wenn ihr dann einfach mit Leuten mit denen ihr einfach zwei Jahre lang über YouTube geschrieben habt Videos gemacht habt ihr habt Streams mit denen gemacht habt immer mit denen gelabert und auf einmal seht ihr den in real life das ist das heftigste Gefühl was ihr euch vorstellen könnt so okay gehen wir rein in den nächsten Punkt genau dass ich habe etwas an dem ich arbeiten kann das mir neben Fußball und Arbeit eine Linie im Leben gibt ja genau das habe ich auch noch aufgeschrieben und zwar habt ihr es jetzt eh schon gehört an sich also Fußball ist für mich ein riesenteil im Leben eben die Arbeit auch logischerweise weil es halt der größte Zeitaufwand ist leider natürlich muss ich ehrlich sagen also ich arbeite nicht gerne im Normalfall also es gibt natürlich verschiedene Tage aber im Normalfall arbeite ich nicht gerne ist einfach so ja keine Ahnung bin ziemlich faul und ja das gibt mir eine Linie genau also ich mache das eben seit drei Jahren und ich habe das Gefühl wenn ich nach Hause komme ich habe was zu tun was mir Spaß macht also ich kann wo weitermachen und nicht dass ich heimkomme und mir denke ja was mache ich eigentlich mit meinem Leben so ich gammel da nur so rum und mache nichts sondern so habe ich wirklich das Gefühl ich tue was sinnvolles beziehungsweise ich tue ja ich arbeite irgendwo weiter ja und es macht mir Spaß es ist nicht so dass mir das so viel Energie raubt dass ich mir so jede Sekunde denke boah ich habe gar keinen Bock mehr jetzt noch weiter am Video zu arbeiten und so sondern ich will wirklich weiter arbeiten und ich will mir macht es einfach Spaß an YouTube zu arbeiten ist ganz anders als bei anderen Arbeiten die ich bis jetzt in meinem Leben schon gemacht habe da hatte ich nämlich eher nicht so Bock drauf aber auf YouTube habe ich immer Bock und das ist halt heftig ja okay dann ist noch der letzte Punkt dem Punkt den man natürlich nicht verschweigen darf also da sind viele immer ziemlich so nicht drüber reden ja wie viel Geld verdient der ja wie viel verdient der Geld ist natürlich ein Thema was mittlerweile eine Rolle spielt ja mittlerweile 38.000 Leute die ja das ist sowieso das ist sowieso zu heftig die am Start sind einfach und da habe ich aufgeschrieben Zukunftsnebenjob während dem Studium das Hobby zum Mini-Beruf machen nur YouTube wäre mir zu riskant also nur YouTube wäre mir zu riskant genau das ist auf jeden Fall meine Meinung so habe ich mir das mittlerweile fast schon aufgebaut ja noch nicht ganz aber so als Nebenjob während dem Studium YouTube zu machen das ist für mich Alter stell euch das vor während dem Studieren einfach YouTube-Videos währenddessen machen nicht irgendwo blöd Kellnern keine Ahnung Müllmann für zwei Tage in der Woche oder so das ist doch das ist doch anstrengend ich meine YouTube ist auch anstrengend und so aber YouTube macht trotzdem Spaß YouTube ist eine Arbeit die mir verdammt Spaß macht ja und das wäre einfach zu krass wenn ich das wirklich als Nebenjob machen könnte die Voraussetzungen sind gerade da und das ist auf jeden Fall ja was ich noch dazu sagen wollte ich meine das soll jetzt nicht so geldfixiert und so wirken aber wenn du halt die Möglichkeit hast ja mit sowas dann auch noch ein bisschen Geld dazu zu verdienen wer würde es nicht machen wenn ihr ehrlich seid ja ihr könnt jetzt sagen was ihr wollt könnt ihr sagen ich bin geldgeil oder so aber dass ich mein Hobby gerne zum Beruf machen würde oder zum Nebenjob ja das darf mir denke ich keiner übel nehmen ich habe es eben wie gesagt auch dazu geschrieben nur YouTube wäre mir irgendwie zu riskant ja ich habe eh viele Möglichkeiten also ich habe eigentlich ja ich will jetzt nicht sagen einen sicheren Job wenn ich keinen hätte weil meine Eltern halt ein Geschäft haben das wissen viele von euch nicht beziehungsweise zwei Geschäfte und dort hätte ich an sich schon immer eine eine Stelle weil ich halt auch schon oft dort gearbeitet habe und mich schon gut auskenne aber YouTubern sich selber nur zu machen wäre mir zu riskant denn so eine Plattform kann so schnell einbrechen ich verdiene ja auch im Moment 0 Euro beziehungsweise halt 0 Cent mit Videos weil die einfach entmonetarisiert wurden weil ich mein Netzwerk also aus meinem Netzwerk ausgetreten bin und man sich dann wieder neu in diese AdSense Monetarisierung einloggen muss und das dauert mittlerweile schon drei Wochen glaube ich also ja sowas kann eben passieren und auf sowas muss man eben eingestellt sein und wenn du halt Vollzeit YouTuber bist dann haut dich sowas sowas von aus der Bahn denn dann fehlt dir halt einfach das Geld für drei Wochen das bekommst du auch nie wieder zum Beispiel eben wenn YouTube Faxen macht und dir da die Videos eben nicht monetarisiert oder was weiß ich sie sperren dein Kanal aus irgendeinem Grund du hast irgendwie einen Strike bekommen noch einen noch einen und auf einmal stehst du da und hast nichts ja und davor habe ich halt Angst würde ich mal sagen und deswegen mache ich das auch einfach nicht also YouTube würde ich glaube ich im aktuellen zum aktuellen Stand zumindest in meiner aktuellen Lage würde ich YouTube niemals als Hauptberuf machen weil es einfach zu riskant wäre ja Freunde das sind eigentlich die Gründe wieso ich YouTube mache der größte Grund ist einfach die Leidenschaft die Energie die ich habe und die ich dadurch irgendwie auch zurückbekomme Jungs wenn jemand von euch einen Daumen nach oben gibt einen Kommentar schreibt und mir dann noch auf Insta irgendwas schreibt dann ist das einfach geil Mann das ist einfach geil oder wenn du keine Ahnung überall dann im Chat Alter im YouTube Stream Chat alle sagen immer das ist kompletter Abfuck finde ich gar nicht ehrlich jetzt also so korrekte Leute und die pushen einen die loben einen und dafür arbeitet man halt und ich weiß nicht es ist einfach so geil man baut sich da wirklich zusammen mit vielen Leuten eine riesige Sache auf und die kann einen so schnell keiner mehr nehmen sage ich mal ja und wir sind zusammen ein riesiges Team ja Team Allstars ihr wisst Bescheid und das bockt einfach und deswegen streame ich auch so gerne weil eben da diese ganze Community noch viel viel näher zusammen rückt ja wenn ich nur Videos machen würde dann wäre sie nicht so nah weil man einfach nicht live drauf reagieren kann und das finde ich einfach das geilste und das ist das ist einfach oder das sind die Gründe wieso ich YouTube mache Leidenschaft 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 so kann man es eigentlich kurz und knapp ausdrücken ja Freunde das war es auch schon wieder mit dem etwas anderen Video ich hoffe ihr habt es vielleicht ein bisschen gefeiert beziehungsweise ihr konntet es euch geben schreibt mir mal in die Kommentare ob ihr sowas vielleicht öfter hören wollt habt ihr überhaupt bis jetzt geschaut keine Ahnung schreibt einfach mal in die Kommentare feiert ihr solche Real Talks oder feiert diese nicht ich kann sowas natürlich auch über viele viele andere Themen machen hätte ich auf jeden Fall Bock drauf und ja Freunde das war es mit dem Video vergesst nicht habt immer Hi Hopes und dann war es das haut rein und ciao